Hallo Leute, mein Name ist PanzerPlays, Willkommen zu dem Let's Play von Home Sweet Home. Dieses Spiel stammt von einem thailändischen Entwickler und das ist nur die Demo. Ich will es mal testen. Ich würde sagen, fangen wir an. Ich sehe generell... Warte. Oh, my head hurts. Too much booze last night. Okay, I'm up. Jane, is that you? Where the hell am I? I thought Jane was here, but never mind, I gotta get home. Yeah, gotta get home. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir. Und das Spiel scheint so optimiert zu sein, dass ich 60 FPS habe. Ich habe nicht viele Spiele bei der Grafik. Ich muss ernsthaft mit E interagieren. C? C ist eine Scheißsteuerung. C. C? C? Man. Da bin ich aber noch nicht drauf gekommen. Das F4. Leute Ja, ich brauch die Ja, gucken wir uns mal die Bilder an Sind wir da drin? Mann Wieso? Hinter was? Ja, ich kann nicht mit dem Finger hinzeigen Das sieht ja nicht Aber Ich glaube Das sieht so Nicht real aus Was fällt dir denn so schwer, Bro? Ja, ich kann das nicht lesen Egal Oh, sind das wir? Mann, dieser Sound Der ist echt kacke Ich mag den nicht Wow Wow What? Das mit dem anderen Typen da Oder sie Wow Wow Seht ihr da? Finde ich Ja Ja Kann man nicht lesen? Okay, okay Ja Gibt's Okay Wie schon gesagt Oh Maus hat gerade nicht Okay Ja, ich spiele nicht so oft Vorausspiele Ich gucke ja selber mehr so Let's Plays Deswegen Verzeiht mir Wenn ich kacke bin Ähm Das ist mehr als 10 Jahre Das ist mehr als 10 Jahre alt No No University student mysteriously disappeared A student at one of Bankex's most famous universities has been missing for two days When she was found What 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 have I found Äh When she was last seen She had been asking for permission to return home As she claimed to be experiencing stomach pain Abordinate house outside the city Ja, natürlich Das kann man kaum lesen Kann ich Ja Finde ich scheiße Aber Creepy students move the Was? Towers Abordinate house Jo Das kann man in der Fall Lesen Aber man kann Man kann reinzoomen Stell dir vor Ich kann das trotzdem fast nicht lesen Booklist of the famous By war Auf Black Actors Sie haben Saturday falsch geschrieben 28. September 1996 Er hat Unser Charakter hat gesagt Dass dieser Artikel 10 Jahre alt ist Das heißt Wir spielen gerade in 2006 Okay See you at one of punk works most famous Ja Haben wir da Lesen Ah Ah Okay Kann ich die Zeitung nicht auch machen Um sie zu lesen Lol Home sweet home Da sieht man Hier links Unten sieht man das Spiel nochmal So als Werbung Catch Mafia Myanmar Myanmar Media Reports Mob Big Twitter Was just fine Okay Ja Da gibt's nix mehr Schlüssel Schlüssel Description für Schlüssel Anormal Key von Lockingador Wow Hätte ich nicht gedacht Ich hoffe Oh Kann ich den ausmachen Nö Mögen die Gebiete mit mir Ah Also ob ich extra Use Key machen muss Fuck Ich dachte das Dass die alte gleich Ist chilling in hier So ne scheiße hört nie gut auf Wisst ihr das Jo Jo Wart Ich nehm gerade mein Internat auf Und über mir Geht gerade ab Oh Mein Ey You Hm Ja Danke Yes Wieso Ist es Fucking uncool Ich hab gelesen Kann ich Gut Also ich mein Ich weiß nicht Ob das Gut ist Oh Oh Ich glaub man merkt's mir An dass ich nicht Oftere Spiele spiele Ich guck nur die Let's Plays Ist wesentlich Angenehm Ihr wisst ihr Wesentlich Angstfaktor liegt da Irgendwie Okay Angstfaktor beim Beim Gucken Ist irgendwie Äh Sagen wir 50% Verringert Wow Also das wusste ich auch Ernsthaft jetzt Das Ist doch Serious Äh Ja Oh Er steht Automatisch Äh Tut mir leid Wenn ich Okay Vielleicht nicht Ah Komm Um die Ecke Ernsthaft Wir sind Gerade Darunter So Wofür Wofür Uns Das Jetzt hin Das Kann Auf Fall Nicht Gerade Gerade Ausgehen Noch Ein schwuler Raum Dein Dein Ernst Er konnte Identifizieren Dass es Eine Ski Ist Also Sand Sah Für Mich Eher Nach Verbrannte Irgendeine Aus Okay Ich kann nur Beim Zeitungsartikel Gucken Zoomen Ja Für alle die Italienisch können Ich kann es Selber nicht Also Lesen Oder Kann es Nicht Mehr Wofür 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 Darüber Hab ich Auch Gelesen Jetzt Kann ich Kann ich Einfach Nochmal Scheiße Danke Licht Fußpuren Klar Und Klar Kann ich Diese Tür Nicht Auch Machen Wo ist Die Exit Ich Weiss nicht ob man da ausdauert oder ob ich da 24 7 Sprinten kann Kann ich ihm etwas fragen? Oh mein Gott Was ist das? Shit Kühlst du mich jetzt? Mach mich mal tot Okay 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 Muss ich sie jetzt Juken Oh fuck Krampf im Fuß Oh shit Oh shit Krampf im Fuß Ich mach gleich weiter Oh fuck So Okay Ich glaube Jetzt geht es wieder Jetzt geht es wieder Ich könnte ruhig schneller rennen Ernsthaft Continue Ach 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 Wart Was ist passiert hier? Wo ist die Exit? Wart Wart Ah Könnte sein dass ich mich gleich muten muss Wart ich kann diese Tür nicht mehr öffnen Wart 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 Die Tür Was Schon wieder Ich kann das nebenbei nicht verhindern Das Oh my god What the fuck Is this What the fuck Shit Ah What Are you serious Was soll ich denn da machen? Sag mir was ich So Da ist vorher noch Wenn ich darauf gekommen bin Unto Da ist Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 untertitelung. als ob das kommen ohne spaß ich kann mich so an meinetwegen könnte die fucking die muss schon aus sein oh my goodness no ich bin immer noch voll schnauze voll erstaunt x x für du machst dich nicht aus dem staub i guess was hat er gesagt ich habe gar nicht auf dem bildschirm geguckt blitz go away i said blitz go away und dann so eine scheiße ja komm alles wird gut wo 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 wer merkt im let's play hey aldi wassapp hast du black magic benutzt oder bist du opfer von black magic hey willst du ein bisschen white magic nein okay wie ich dann deshalb du uns nicht siehst wow was das ist schwachsinn leute das das ist fucking schwachsinn ich hätte niemals gedacht dass ich glaube ich eine demo in zwei teile teilen werde das hätte ich nicht gedacht da muss ich jetzt was überprüfen nö sie ist weg manning du 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 kann ich nichts mit machen dann Let's go and scare the shit out of me, I like that, I really like that you know, Thailand, Cuts Cuts, ah, the voodoo doll is a superstition in which you put two dolls together and wrap them to entice love, the one doll represents the man and the other represents the woman. The instructions say to take dirt from the symmetry and shape it into a doll, then put items retrieved from the person of interest into the doll, such as nails and hair in order to link the doll to the person of interest. After that, use a holy threat taken from the diseased body at the symmetry, tie the two dolls together in order to make it work, the cusser must be well trained. In the art of voodoo, normal people will be unable to make the spell work. Once you have enchanted the dolls, place the dolls under the person of interest's pillow, to make the spell work. Okay. Ja. Das würde ich auch gerne lesen. Ja, gut. Horror. 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 Oh dear, da gibt's was zum Verstecken. Find ich aber nicht gut. Oh nein, oh nein! Find ich gar nicht ... Was – hat sie gerade gesagt?! Wälder, wenn sie mich ... wenn Sie das richtig aufmacht, ja. Ja, machen wir nochmal, aber... Wallah, what? Nehmt mir das nicht übel, aber ich bleib da jetzt noch. Der Sound macht's nicht besser. Als ob ich einfach... Als ob... What? How gross? What the hell? Ich hab' ich mir auch gedacht. Ich hab' ich mir auch gesagt. Ich hab' ich mir auch gesagt. Ich hab' ich mir auch gesagt. Nein. fuck you seriously fuck you ja komm kotz kotz verpiss dich wieder ich will doch nur raus machen mach schnell ich habe nicht den ganzen tag ich glaube dass es sowieso schon zu lange ich bin jetzt nicht so schafflich dass ich hier rausgehe außerdem ist sie noch da ich bin ich habe eigentlich nicht das gefühl dass ich bis jetzt was gereicht habe aber ich glaube dass trotzdem ein paar zwei kommen wo die schiebt okay bis morgen morgen kommt die zweite Folge fuck ich schwöre ich mache das morgen besser sorry leute ich schwöre ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020